Heute, am 12. Januar 2022, haben wir ein besonderes Objekt unserer Begierde, und zwar ein klassisches Design, die Privilege 12 Meter oder 39, also einen kompakten Kreuzerkatamaran, der von der Werft in den 70ern bereits aufgelegt wurde, dann bis Mitte der 90er gebaut wurde. Insgesamt 89 Schiffe von diesem Typ, von der Privilege 39, wurden gebaut. Wir haben hier die Baunummer 69, die wir jetzt hier in Bremen im Sonnenschein zur Besichtigung freigeben. So, dieser Cut ist tatsächlich bisher stets in Privateignerhand im Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln und in der Ostsee gesiegelt, wird jetzt vom Privateigner ab der Saison 2022 übergeben, und zwar in Vollausstattung. Wir gehen jetzt gleich einmal über Deck und schauen uns an, dass dieses Schiff jetzt direkt seeklar für die große Reise ist. Das Besondere bei den Privilegedesigns ist tatsächlich dieser zentrale Mittelrumpf. Wir haben dadurch eine enorme Steifigkeit in der Gesamtkonstruktion, es ist also nicht nur der vordere Beam, der hier die Rümpfe und das Rigg steift, sondern tatsächlich eine komplette GFK-Mittelnase, die auch noch pfiffig genutzt wird. Wir haben also dadurch große Frontkabinen mit querliegenden Doppelkolien und mit entsprechender Belupung darüber und dann großen Stauraum hier auch in dieser Nase und eine extreme Steifigkeit im Gesamtschiff. Das ist das, was letztlich dieses Konzept sehr attraktiv macht und Privilege ist dem gefolgt. Also bis heute baut Privilege eben diese Rumpfkonzeption mit dem komplett in einer Form eingebauten Steifigkeitsbehalt. So, dann haben wir eine umlaufende Seereling, wir haben Sweden-Balkonies und dann auch hier vorne alles mit Reling versetzt. Pro für Rollfok-Anlage, festen Gennacker-Pol für Vorsegel, Gennacker, Code Zero, Code D, 42 Kilogramm Flugscharanker, Bügelanker, pardon, Bügelanker. Also das Schiff ist bestens ausgestattet für die große Reise. Und natürlich gibt es reichlich Stauraum. Wir haben also hier eine große Last, die bis zum Kollisionsschott vorne reicht. In diesem Fall befindet sich darin der Wassermacher, vorne liegt der Außenborder, Gangway, alles begehbar und verschließbar. Verschließbar, dieses gleiche Segment auf Backboardseite ist verbunden mit dem Rumpf. Das heißt, hier ist die Option eine Skipper-Kabine zu haben. Wir haben also einen Durchgang zu der Backboard-Vorschiffskabine, zu der klassischen Doppelkabine. Das ist eine Sonderheit auf diesem Schiff. Wir haben also vier Doppelkabinen mit Doppelkojen und auch noch optional die Möglichkeit, eine Skipper-Kabine zu installieren. So, dann haben wir überall an Deck reelle Luma-Lupen mit auch inzwischen erneuerten Gläsern. Das heißt also keine UV-Krecks. Hier ist die große Segellast, da ist der Spinner gerade drin und Fender-Leinen davor, die Elektro-Winch, auch von Luma. Dann gehen wir mal nach Achton und schauen uns das Cockpit an. So, die Achton haben wir jetzt, sehr untypisch für die heutigen Garten, einen komplett geschützten Steuerstand auf dem Backboard-Heck. Wir haben einen völlig unverbauten freien Blick ins Rigg, können also super die Segelstellung kontrollieren. Alle Instrumente sind direkt hier, also großer Kartenplotter, Windinstrumente, GPS, Autopilot, alles direkt im Zugriff hier am Steuerstand. Doppel-Maschinenanlage. Wir haben hier verbaut zwei Volvo-Maschinen. Im Standard waren das 30. Die Schiffe sind mit 2x40 PS Volvo ausgestattet. Und dann zusätzlich in den Maschinenräumen, ich mache jetzt mal einen auf, haben wir dann weitere Aggregate, wie zum Beispiel hier ist die Seilsteuerung. Also das ist auch ein charmantes Detail auf diesem Schiff. Dann die große Raymarine Autopilot-Schubstange. Unten haben wir nochmal einen Heißwasserboiler, Wärmetauscher und dann direkt den Volvo-Diesel, der sowohl von hier als auch von den Kabinen unterhalb der Kolien zugänglich ist. So, und dann haben wir tatsächlich ein großes Seekockpit. Also A, super geschützt. Wir haben also hier den gesamten Aufbau vor dem Cockpit. Das Cockpit ist aus meiner Sicht riesig, mit großen Seitenliegen, eben auch noch Sonnenliegen. Und überall ringsherum Wachskisten, die also tatsächlich all das beherbergen, was man hier im Cockpit unterbringen möchte. Gaslocker. Hier eben klappbarer Tisch, den ich dann nach Bedarf vergrößern oder verkleinern kann. Und ganz klassisch, Segeltuch-Bimini. Das gibt es heute gar nicht mehr. Heute haben wir da immer feste Sandwichplatten. Dies ist leicht und tauschbar. Und aus meiner Sicht die bessere Alternative. Nachteil, keine Solarbelegung möglich. Die haben wir hier auf den Davids-Achtern. Wobei wir zweimal 110 Watt jetzt hier auf den Davids einzeln haben. Wir könnten das aber auch durchplatten und dann auf 500 Watt aufstocken. Darunter Beiboot bis 3,40 Meter. Gesamtlänge können wir hier unterbringen. Dann sehr schöne Badeplattformen. Achtung, diese sogenannten Extended Scoops. Für den Wasserabriss haben wir also lang ausgeführte Hecksektionen. Und die sind in diesem Fall, wie überall hier, auch noch Original-Teak belegt. Nichts Flexi-Teak. Und wenn wir das gesehen haben, dann können wir mal ins Schiff gehen. So, und jetzt befinden wir uns im Decksalon, der klassisch-französisch 1,85 Meter Stehhöhe gewährt. Mehr ist es nicht. In den Rümpfen erhöht sich das auf 2,30 bis 1,95 Meter. Aber das ist tatsächlich klassisch-französisch die lichte Höhe. Ansonsten ein wiederum extrem konservatives Layout. Sie haben also hier die große Sitzecke im Salon. Da kann man tatsächlich mit sechs bis acht Leuten sitzen. Alle Holzoberflächen massiv mit amerikanischer Kirsche ausgelegt und hochglanzpoliert. Also bestens glossiert. Auch alle Luken, Fensterrahmen in Holz. Auch das etwas, was es heute nicht mehr gibt auf den Yachten. Den Tisch kann man dann entsprechend der Personalbelegung vergrößern oder verkleinern. Alles massiv amerikanische Kirsche. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Navigationsbereich. Hier also mit Hocker. Tatsächlich auch freiem Blick ins Rig. Man kann also auch wirklich ringsherum schauen. Wenn auch anders als heute nicht mit senkrechten, sondern mit deutlich geneigten Fensterflächen. Hier nochmal ein zweiter Chartplotter. Dann Elektronik. Die gesamte Verteilung über die Sicherung hier am Kartentisch direkt. Kartentisch mit Kartenfach. Und dann, denke ich, gehen wir mal eine Etage tiefer in den Steuerbordrumpf. So, das ist jetzt der Steuerbordrumpf. Die Doppelachterkabine, wo auch die Liegefläche, die Doppelkoje, Querschiffs angeordnet ist. Direkt über dem Motorraum. Der ist aber entsprechend schallisoliert und auch mit Lattenrost nochmal abgedeckt. So, und jetzt gehen wir einmal in das Vorschiff. Hier unterwegs Stauräume, Klappen. Da ist die gesamte Sicherungsverteilung nochmal. Hier ein weiterer Kühlschrank. Dann tatsächlich Schränke für all das, was man auf Weltumsegelung mitnimmt. Und hier haben wir dann eine komplett geschlossene Doppelkabine. In diesem vorderen dritten Rumpf der Privilege. Mit eben auch Aufblick aufs Deck. Und hier dann dem Waschtisch und weiteren Schrankfächern. So, und jetzt gibt es noch eine Besonderheit des Privilege 39 Designs. Früher baute man durchaus die Escape Hedges in den Brückendecksbereich. Und das sieht dann so aus, dass man am Ankerplatz jederzeit wunderbar lüften kann. Und tatsächlich eben keine Leckage in den Rümpfen installiert. So, nächste Besonderheit des klassischen Designs. Wir haben die gesamte Pantry im Rumpf. Heutzutage kocht man ja gerne im Brückendeck mit Blick in den Salon. Hier haben wir eine klassische Seeküche. Das heißt also, man ist wirklich komplett im Küchenraum, auch bei schwerer Rosé, bestens konditioniert. Und dann haben wir hier die ein oder anderen Aggregate, also Stauräume ringsrum. Hier ist nochmal ein Kühlschrank. Hier unten ein besonderes Gimmick, die Spülmaschine. Drei flammiger Herd mit Backofen. Doppelspüle mit Seewasserhaar. Das heißt also, ich habe nicht nur süß, sondern auch Seewasser hier. Alle Luken, das sind auch sehr schöne Details. Luma hat früher tatsächlich noch richtige mechanische Aufsteller in den Luken gehabt. Und das funktioniert auch nach 30 Jahren noch wunderbar. So, weiter geht's ins Backbordvorschiff. Hier haben wir also symmetrisch wie im Steuerbordrumpf eine Doppelkabine mit Doppelkoje-Querschiffs angeordnet. Alle Luken direkt darüber. Man hat also auch die Option, direkt aus der Kabine an Deck zu turnen. Hier auch wieder der Waschtisch mit Fächern. Und die Sonderheit hier, der Durchgang in die Vorpieke. Vorne sehen wir nur das Kollisionsschott. Und ab da Tauchflaschen, Schwimmnudeln, all das, was man an Utensilien gerne woanders unterbringt. Und wir haben deshalb diese Tür, die Option, hier tatsächlich eine Einzel-Skipper-Kabine einzubauen. Das ist sehr besonders. So, jetzt Kabine Nummer 4. Das ist also wiederum symmetrisch wie am Steuerbordrumpf. Haben wir hier Backbordseite, Querschiffskohle über dem Maschinenraum, Schränke und gute Durchlüftung. Also ringsrum tatsächlich Fenster, die ich öffnen kann, auch im Seebetrieb öffnen kann. Und hier wieder den Waschtisch mit Spiegelflächen, Schränken darunter. So, und auch hier im Backbordrumpf haben wir die zentrale Nacelle. Auch wieder mit Toilette, Dusche und letztlich Belschensumpf darunter. Wir sollten noch einen Blick auf den Mast werfen. Was besonders ist, wir haben tatsächlich eine sehr enge Schotführung. Also direkt aus dem Cockpit können wir die Genua schoten. Und dann haben wir hier eben den klassischen Aluminium-Mast. Greenway, die bitschen direkt am Mast. Das heißt, auch das Reffen findet direkt hier statt. Das Rig für dieses 7 Tonnen Empty-Wade-Schiff hat Double Diamonds. Das heißt, es ist in sich extrem verstärkt. Und eine Roll Genua und dann eben die Option für Gennacher Kursier und die Spinner. All die Beschläge sind da. Das Schiff ist tatsächlich komplett ausgestattet. Ist altersgemäß im Zustand, ja. Aber tatsächlich sehklar für große Fahrt und kann erfreulicherweise zu einem sehr günstigen Preis Verhandlungsbasis 159.000 Euro jetzt hier in Bremen besichtigt und übernommen werden. Ich hoffe, wir konnten einen ersten Eindruck von dieser Privilege 39 vermitteln. Bei allen weiteren Fragen, jedem Detail, melden Sie sich bei uns, rufen Sie uns an über die Homepage cut-sale.de oder direkt in unserem Bremer Büro. Dankeschön. Vielen Dank.